Musik Das müsste sein von jenen blanken Ländstagen einer, da die kranken Mann vor die dunklen Türen bringt. Im Flieder ist ein Spatzen zanken, weil keinem rechter Sang gelingt. Der Bach, dem alle Bandes sanken, weiß nicht, was tun vor Glück und springt, bis aufwärts zu dem Bretter planken, dahinter Beete, Kies umringt und Blumen blühen und Birken schwanken. Und vor dem Häuschen Gold bezingt, um das der Frühling seine Ranken wie Liebe leise Arme schlingt, ein blöndes Kind, das in Gedanken das Schönste meiner Lieder singt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020